Interessierst du dich für die Olympischen Spiele in Südkorea und wenn ja, für was? Ja, ein bisschen, aber eigentlich nur Ski, Slopestyle, Snowball vielleicht auch ein bisschen, aber der Rest ist mir eigentlich relativ gleich. Oh nein, danke. Da interessiere ich mich gar nicht dafür. Leider. Interessierst du dich für die Olympischen Winterspiele in Südkorea und wenn ja, für was? Nicht unbedingt. Ich fahre lieber selber. Da bin ich leider der falsche Ansprechpartner. Ich habe noch keine Sendung gesehen. Ich interessiere mich da nicht für. Ne, interessiert mich nicht. Nein, kein Interesse. A little bit, yeah. In the morning I watch television to see what happened. Bist du interessiert an Olympischen Spielen in Südkorea? Hmm, weniger. Ich guck's mal gern an, aber oder wenn Deutsche gewinnen, ist okay, aber mehr nicht. I am interested in it, yeah. I like it to see. Support Holland. Oh, skiing. Skiing is the most interesting. Ich sah den Metallenspiegel an und das war's, das ist fertig. Snowboarding, skiing. Ähm, how do you call it? Om eis, with the... Well, the ice skating, the Dutch are doing quite well there, so I have looked at it yesterday and, yeah, they had a good result, so I was pleased. Um eis, short track, 500 meters, Sven Kramer, yeah, that's what I like. Ich schaue den Medaillenspiegel an und das war's, das ist fertig. Bist du an den Olympischen Spielen in Südkorea interessiert? Ja, bin ich. Was im Speziellen? Aus Skispringen und Skiaipin vor allem. Sehr interessiert, ja. Oh nein, ich bin nicht ganz geinteressiert. No, I haven't seen it at all, because you are here, so, but I know that it is now, there is a Olympic Games. Bist du an den Olympischen Spielen in Südkorea interessiert? Ja, zur Zeit schon, weil die Deutschen so gut sind. Ja. Und in was in Speziellen? Äh, die Laura Dallmeyer in Biathlon, zum Beispiel. Abfahrt. Ja, es ist immer eine interessante Sache, wenn die Nationen so gegeneinander kämpfen. Und ich bin vor allem als Schweizer Fan natürlich interessiert am Skisport, weil wir dort auch Chancen haben auf die Medaillen. Ähm, I don't know, but the most I have looked after the sea shooting. You know, äh, when they can hit. I'm a hunter, you see, so, when they're running on the sea, and then they down and chum, 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 and they can place the shot well. Yes, okay. Ich schaue den Medaillenspiegel an und das war's, fertig. Das war's. Und das war's. Ich habe dich. Ja, ich habe mich. Ich habe mich. Es ist ein sehr viel bis zumal in.